Herzlich Willkommen zum Unboxing vom letzten Volume von School Life. Ja, wie auch die Serie neigt sich auf mittlerweile langsam das Jahr dem Ende zu. Also beziehungsweise morgen ist es schon vorbei. Und ja, habt ihr denn eure Weihnachtseinkäufe, äh, Silvestereinkäufe schon erledigt? Oder knallt ihr überhaupt? Das würde mich jetzt ganz einfach mal interessieren. Ich habe schon einiges da liegen, was noch darauf wartet, angezündet zu werden. So, dann haben wir hier das letzte Volume. FSK-Flatschen klebten auf der Folie, die jetzt da oben rumporzelt. Und hier haben wir die letzten vier Episoden drauf. Mit dem letzten Titel, Abschluss sogar. Das Ganze geht 100 Minuten mit den Sprachen Deutsch und Japanisch, mit deutschen Untertiteln. Und der Ton ist ein 2.0 und das Bild ist ein Full HD 16 zu 9. Als Bonus ist dabei ein Booklet und Clean Ending Part 2 und Happy Graduation, wahrscheinlich als Clean Ending und so weiter und so fort. Halt ohne Credits. Ja, hier haben wir dann nochmal das Innere. Sieht dann aufgeklappt so aus. Gibt quasi ein komplettes Bild. Da haben wir die Disc Nummer 3. Gucken wir gleich nochmal das Wendekover an. Was ich jetzt hier nicht rausbekomme aus irgendeinem Grund. So. Sollen wir das nochmal ohne den FSK-Flatschen. Und dann bleibt das letzte Notizheft noch übrig. Mit Episodenguide gleich am Anfang. Dann noch ein paar Charakterzeichnungen. Skizzen. Noch mehr Skizzen. Beziehungsweise, ähm, wie heißt's? Storyboards. Und dann noch ein Interview. Und nochmal die 4 Mädchen. Und Credits vom Main Stuff. Und den Sprechern und... Es gibt ein extra Verpackungs-Stuff. Okay. Ja, das war's auch schon. Ich verlinke euch mal die vorangegangenen 2 Unboxings zu der Serie in der Videobeschreibung. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.